Oh! Oh! Geht Klebtaschen! Ah! Oh! Oh! Wikinger 2, Riete 0! Und zum Schluss kommt das Feuer der Wahrheit. Der Angeklagte muss das glühende Schwert herausziehen. Wenn er sich die Hände verbrennt, ist er schuldig. Oh! Oh! Nein! Was machen wir denn jetzt? Oh! Oh! Ich hab's! Ja! Was macht ihr denn da? Ihr wollt doch sicher nicht einen erwachsenen Wikinger heulen sehen, oder? Oh! 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 Du bist unschuldig. Was für eine tolle Erfindung! Wer hat sie gemacht? Oh, Vicky muss sie irgendwann mal gemacht haben. Er hat immer wahnsinnig gute Ideen. Man kann ihn kaum bremsen. Orasche! Und ich war sicher, ihr wärt die Nordmänner, die uns überfallen hatten. Einnahme fiel besonders häufig. Wie war der noch gleich? Benni? Björn? Agnetha? Flieder? Sven! Das ist er! Das ist der Nordmann, der uns überfallen hat. Genau! Statten wir den Briten noch einen Besuch ab. Der letzte Überfall war so leicht, wie einem Baby seinen Schnuller wegzunehmen. Letztens hast du es aber nicht geschafft, einem Baby den Schnuller wegzunehmen. Du solltest mich doch nicht mehr daran erinnern! Ist ja gut. Was für ein Typ ist dieser Sven eigentlich? Die sollten mal hören, was der sagt. Äh, ja, ja, das stimmt. Keine Frau kann ihn dazu bringen, Teller zu waschen, sagt er immer. Ohhhohe. Oh? Oh... Oh? Oh?